80,5 Meter für Hiroya Saito. Er kann wesentlich mehr. Die Japaner haben im Augenblick mit Okabe und Funaki zwei Überflieger, aber der Rest der Mannschaft kann mit der Weltspitze kaum mithalten. Ganz eigenartig, denn sie haben einen Riesenkader. Beste Förderungsmöglichkeiten vor den Olympischen Spielen im eigenen Land 1998. Adam Malisch aus Polen. Die Polen werden übrigens von Paweł Mikeska, einem Tschechen, trainiert. Der junge Pole erstmals überhaupt in dieser Tournee heute für den Wettbewerb qualifiziert. Zweimal bisher war er beim eigentlichen Wettkampf gar nicht dabei.